Ja, also ich bin Jürgen Steding von der Enfon AG. Die Enfon AG ist 2007 in München gegründet, also ein Münchner Unternehmen und hat sich spezialisiert auf Telekommunikationslösungen aus der Cloud, insbesondere eine Telefonanlage für Geschäftskunden, voll aus der Cloud produziert, 7x24 Full-Service-Ansatz, ideal ausgerichtet für den Bedarf von kleinen, mittleren und großen Geschäftskunden. Was wir besonders machen, ist, dass wir versuchen, die Einfachheit der Telefonie darzustellen, sodass der Kunde in der Lage ist, seine Telefonie selber zu administrieren, der Benutzer seine Telefonie einfach selber zu administrieren, ohne lange Wartezeiten auf die interne IT. Die interne IT wird entlastet. Unsere Besonderheiten sind, dass wir Endgeräte unabhängig sind. Wir haben also kein eigenes Endgerät in dem Sinne, außer Soft-Clients. Im Wesentlichen können Sie aber von unterschiedlichen Hardware-Herstellern die Telefone auch in dieser Anlage benutzen. Und diese Geräte konfigurieren wir aus der Cloud-Herald-Voll-Service. Das heißt also, jegliche Einstellungen, die Sie in der Anlage vornehmen, wie Funktionstasten, Anrufweiterleitungen etc. pp., werden vollautomatisch auf die Geräte übernommen, sodass Sie überhaupt gar keine Probleme haben mit Software-Updates, Konfigurationsänderungen etc. pp. Dadurch sind Standortwechsel sehr einfach möglich. Und darüber hinaus sind wir Full-Service-Security-orientiert. Das heißt also, wir machen die schon überall berufene End-to-End-Verschlüsselung. Also ab Gerät verschlüsseln wir bis in die PBX. Und da kommt die nächste Besonderheit. Wir sind nicht nur ein TK-Anlagenbetreiber, sondern im klassischen Sinne deutsches Recht, Telekommunikationsdiensteanbieter, langes Wort. Das heißt, dass wir auch die Verbindung zum Festnetz, also zum Mobilfunk- und Festnetzanschlüssen herstellen. Das heißt, aus einer Hand kommt die gesamte Telefonie. Dadurch lassen sich wahnsinnig Kostensynergien heben, sodass Sie beliebig skalieren können und Ihre Kosten optimieren können. Wir sind ideal geeignet für Filialisten. Das heißt, wenn Sie viele Heimarbeitsplätze, viele Filialen haben, arbeiten alle Mitarbeiter in einer Anlage. Standortwechsel, Standort hinzunehmen, abschmelzen, sind dadurch technisch sehr einfach möglich. Der entscheidende Vorteil ist jetzt auch an der Stelle, dass die technischen Innovationen durch das sehr innovative Business-Modell auch gehoben werden. Unser Business-Modell ist, dass jegliche Funktionalität in einer Nebenstelle quasi inklusive ist. Jede Nebenstelle abgerechnet wird monatlich. Und der Kunde kann jederzeit neue Nebenstellen hinzubuchen oder abschmelzen, sodass quasi die Lösung vom Business-Modell her auch mit dem Kunden atmet. Wenn er neue Projekte hinzunimmt, kann er mehr Nebenstellen hinzubuchen und Funktionalität sofort zur Verfügung haben. Wir haben mehrere Interfaces geschaffen für den B-Nutzer der Nebenstelle des Gerätes. Da hat er ein einfach bedienbares Webinterface, wo er alle Einstellungen, die ihn betreffen, einfach vornehmen kann. Wir können es gleich mal zeigen. Und dann haben wir ein sehr einfach bedienbares Webinterface für den Administrator der Anlage. Wir runden diesen Service aber mit unserem sehr guten Hotline-Dienst ab, der 7x24 erreichbar ist, um Störungen zu melden. Und zu den Geschäftszeiten unterstützen wir den Benutzer in der Konfiguration Bedienung, Benutzung der Anlage telefonisch. Wir möchten noch mal auf die Einfachheit der Bedienung eingehen, jetzt insbesondere für denjenigen, der die Telefonie im täglichen Leben verwendet. Das ist das Endcontrol hier. Das ist über einen Webbrowser, aber auch über einen Client, der jetzt hier auf dem Rechner läuft, von überall her auf der Welt erreichbar. Und hier lässt sich im Prinzip jegliche Einstellung der Nebenstelle, der Telefonie des Benutzers einfach steuern. Hier sieht man zum Beispiel Anruflisten. Man kann hier Faxe versenden, man hat das Telefonbuch der Anlage und man kann hier jegliche Einstellungen vornehmen, was jetzt dieses Telefon zum Beispiel angeht. Jetzt gehe ich hier mal auf Funktionstasten. Das Gerät zeigt grafisch, was ich hier für ein Telefon habe. Hier sieht man das auf der linken Seite. Das Telefon wird abgebildet. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel eine neue Funktionstaste belegen will, kann man hier ganz einfach den Namen eintragen, speichern und dann hat man die Funktionstaste mit einem Dienst belegt oder mit einer Nummer, die man wählen will. Wir sind sehr offen von dem System her. Wir sagen jetzt nicht, dass wir die Welt neu erfinden müssen bei Lösungen, die state of the art sind. Zum Beispiel integrieren wir uns in LYNC. Wunderbar kann man unsere Telefonlösung steuern aus dem LYNC-Lient heraus. Der LYNC-Lient wird gerne genommen zum Chatten, zum Websharen und so weiter. Aber für die Telefonie im B2B-Bereich ist LYNC zumindest in Zentraleuropa nicht so Gesetzesstand heute, weil da viele Funktionalitäten fehlen. Und man muss sagen, wenn man die Enterprise-Lösung dann nimmt, auch der Preis relativ hoch ist. Und wir kommen ja schon mit 6,80 Euro in einer vollumfänglichen Funktionalität zum Kunden für den Full-Service-Ansatz. Und da bietet sich es an, dass man einfach so einen Client wie LYNC kombiniert mit einer Telefonienlösung wie einer Enfo. Und Sie können hier voll, Sie sehen sie unten, die Steuermöglichkeiten des Geräts aus dem LYNC-Lient heraus steuern. Wir machen das Telefon lauter und leiser, können halten, makeln und Transfer machen. Das ist eine wunderbare Lösung in Kombination für den Geschäftsführer. Vielen Dank.